Das unzerstörbare Diktiergerät. So eins brauche ich. Okay, es sieht ganz schön pervers aus, was wir hier getan haben. Na gut. Äh, also. Da lang ist richtig. Okay. Ja, okay. Ah, ha, ha. Ich schaue nochmal kurz. Waffenmord, aber... Irgendes Schmettergeschoss. Geschossstreuung, okay. Aber auch nicht für diese Waffe. Da müsste also demnächst, wie gesagt, noch was Schönes kommen. Womit wir noch weniger zielen müssen. Die Hotline-Kabine. Das bedeutet gleich wieder Chaos, würde ich mal schätzen. Ja, ja, ich komme ja schon. Hallo. Nehmen alles mit. Okay, ist nur noch geradeaus zu gehen. Bestimmt passiert gleich was Furchtbares. Ich möchte ihn gerne erst aussprechen lassen, aber ich glaube... Was passiert, wenn wir hier reingehen? Wir machen es einfach mal. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das ist... Das ist der Weg. Wie der Mandalorianer sagen würde. Aber anscheinend ist eher der Fall, dass der Weg versperrt ist. Na gut. Gut, ich war ein bisschen tatsächlich von etwas, was ich im Trailer gesehen habe, jetzt gerade inspiriert und dachte, das müsste funktionieren, aber ich will natürlich nicht spoilern. Mal schauen. Ich hoffe, dass wir da speichern. Das kann nicht. Ah, doch. Okay, sehr gut. Das ist schon erledigt, das Ganze hier drin. Ich dachte gerade schon. Aber die Küken kommen wieder. Waren wir noch welche? War da noch einer? Ist nur der eine Typ gespawned. Na gut, dann geht's ja. So. Wir hatten das Ganze hier nämlich schon erledigt. Oh. Äh, das war sehr ungünstig. Gebt mir Medizin. Aha. So, okay. Haben wir uns wieder aufgehalten. Meine Güte. Warum sind die denn jetzt wieder aufgetaucht, die Typen? Puh, man weiß es nicht. Das haben wir uns schon angehört. Die Sachen haben wir aufgesammelt. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Okay, dann folgen wir mal wieder dem Klingeln des Telefons. So, dieser Gang, wie gesagt. Jetzt lüttet uns der Typ nochmal ein, aber wir aktivieren direkt den Knopf. Notice. Oceanview Motel and Casino Entry Point. Äh, ja, das war der Tod. Was bedeutet das jetzt für uns? Das ist das Gleiche, ne? Ich möchte nicht nochmal versuchen, hier jetzt reinzugehen. Also, das war so und jetzt... Waren wir hier schon mal? Oh. Nein. Okay. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs. Heimlich. Auf der Flucht. Das fühlt sich an, wie alle von Ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Ja, ich werde sofort auf die Glocke hauen. Ah, das ist doch mal... Ah, kurz entspannen. Was haben wir hier für Erfrischungsgetränke oder was? Zigarettenautomat. Ach, ist das schön. Wir gehen noch nicht weiter, wir möchten gucken. Das erinnert mich doch gleich wieder an die Arbeit. Rezeption, Empfang, freundliche Gäste, aber es ist keiner da. Ja, ähm, ja, äh, bonjour. Aloha. Ist da jemand? Ist jemand da? Bonjour. Please. Ne, das ist wie wenn ich auf der Arbeit bin. Das ist genau das gleiche System. Ja, hallo, ähm, ich möchte einchecken. Vielleicht nächstes Mal. Oh, es ist zu schön hier gerade. Leute, Leute. Ich würde ja gerne kurz entspannen, aber das wollen wir natürlich nicht zu lange tun. Das Zimmer stand offen. Okay. Ach so, okay, es ist noch eine Art Rätsel auch hier gerade, habe ich das Gefühl. Weil hier führt auch kein Weg vorbei. Okay. Okay. Vielleicht passiert auch was, wenn wir 20 Mal die Klingel läuten. Ebenso mussten wir auch dreimal hintereinander den Lichtschalter-Faden da ziehen. Dann hat es erst funktioniert. Durchquere das Oceanview-Nordteil. Ha, Alter. Wenn es so leicht wäre, das zu durchqueren, Leute. Jetzt liegt hier was. Das lag eben noch nicht da, bin mir sicher. Ja, das haben wir doch gesehen, ganz hier vorne. Einmal noch zum Spaß. Lure. Das war doch kein Klingeln. Jetzt. Bitte lasst mich einfach friedlich. Boom. Wir werden getötet. Achtung. Ist was passiert? Das ist unheimlich, Leute. Ha. Wir haben es geschafft. Da muss man aber mal drauf kommen, dass man das 20 Mal ziehen muss, das Ganze. Ja. 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 Ach, Astral-Eben-Herausforderung. Die liebe ich. Die sind schön verhältnismäßig entspannt. Wir lernen meist was Neues. Das finde ich auch immer sehr cool. Wobei es diesmal hier nichts zum Greifen gibt. Was ist hier wieder los? Die Frage ist, nutze die Hotline, um mit extradimensionalen Entitäten zu kommunizieren. Es scheint nichts Böses zu sein, ehrlich gesagt. Wir schauen uns das alles mal an. Okay, es ist doch irgendwie böse, hatte ich das Gefühl. Das hat auch keine Lebensanzeige oder ähnliches. Okay, es ist böse. Das wollte ich jetzt gerade nochmal rausfinden. Es sah zwar schon tendenziell bedrohlich aus, aber ich wollte einmal auf Nummer sicher gehen. Puh. Okay, jetzt wissen wir, dass es böse ist, aber dass wir eben auch keinen Schaden zufügen können irgendwie. Wir hatten es eben mal kurz leicht zerschmettert, aber zum Glück ist es langsam. Mal schauen. Wo sind wir jetzt bitte? Bitte, bitte in der Astral-Ebene, hoffe ich doch wohl, oder? Ja, sehr gut. Weiter geht's, Leute. Da ist es ja wieder unser freundlicher, äh, Watte-Knoll-Bausch. Ja, aber ich werde einfach Mami-Stadt ran. Okay, jetzt möchte ich uns töten. Jetzt möchte ich uns wahrscheinlich verspeisen, aber wir müssen den wahrscheinlich... Ja, okay, einfach mal irgendwie enttäuschen. Da ist der Nächste. Power. Bauschi kommt hier lang. Und wir gehen da lang. Oh, das sieht schon alles so geil aus. Das Telefon wird lauter. Und wir springen da hoch. Oh ja. Wenigstens haben wir es geschafft und sind nicht abgestürzt. Das mit diesem Chat da unten von diesem... Der Rad. Das kann man gar nicht so schnell mitlesen manchmal. Man fragt mich auch, wer oder was das ist. Oh, hi. Äh, ja? Nur ein Telefon. Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astral-Ebene und zum Rad. Und meiner Hypothese nach? Unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Äh, das haben wir schon kennengelernt, ja. Ein Direktor braucht ein Team. Mein Management-Team. Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich. Manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall besonders. Eine Einsatzleiterin. Sie versteht mich. Du weißt, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Die Frage ist immer noch, wie werden oder sind wir zum Direktor geworden? Oh. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench anrufen. Oder ihn zumindest hören. Erst wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Absolut. Ich muss zurück zu Emily. Okay, ja. Puh, ja, Weltversammlung. Endlich mal wieder ein Erfolg. Ja, heftig, wenn ich von dir erzähle. Ist es zu früh, um was Emily zu sagen? Sie könnte helfen. Okay, sie spricht mit uns. Aber ich glaube, also wir sind quasi irgendwie im Geist ihr Bruder, glaube ich. Ihr kleiner verschollener oder verstorbener Bruder. Okay, wir haben keine Waffenmods und keine neuen persönlichen Mods. Das ist schon mal okay. Aber die Hotline, das ist echt nice. Oh, was können wir denn damit machen? Der sturmt sieht auf. Die Frage ist, was wir damit machen können, wenn ich da jetzt... Kontrollpunkte, Ocean Dune heute. Ob wir dann da hinkommen oder was? Aber gut, erstmal gehen wir jetzt zu der Dame da. Und erzählen wir mal, was da Schönes passiert ist. Und dann ist das ja, glaube ich, erstmal so ein rundender Abschluss für das erste Kapitel. Ich würde fast sagen, dass wir dann für heute auch erstmal ein Päuschen einstellen. Ich bin echt müde, muss ich sagen. Wie gesagt, heute Morgen 8 Uhr aufgestanden. Ich hatte heute ein paar Vorstellungsgespräche. Und ja, ihr könnt mir ja dann später sagen, falls ihr das hier noch off-streamen, später nochmal sehen solltet oder so, wie ihr es gefunden habt. Ob es euch gefällt. Ich werde auch gucken, wie gesagt, dass ich das irgendwie zusammenschneide. Und wenn es geht, meine tausende Tore. Wobei ich meine, gut, es gehört dazu. Ich meine, man lernt. Und ich denke, dass wir Potenzial haben, noch gut zu werden. Oh, wir sind wieder im Büro des Direktors. Ja. Und was ihr davon haltet und ob ihr das gerne weitersehen würdet. Also ich möchte da jetzt auf jeden Fall eine Streaming-Reihe. Und wie gesagt, eventuell, es ist ja jetzt ein Streaming-Let's-Play, aber eventuell auch das Ganze als Let's-Play noch rausbringen. Ach, da lang. Oh, sehr gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt friedlich alles. Ne, das kriegen wir nicht auf. Wir sind wieder hier, wo unsere Freunde chillen. Ach, sehr gut. Es lohnt sich. Es lohnt sich, immer mal wieder in die Kisten zu gucken. Wie gesagt, ich habe auch heute jetzt nichts von den ganzen Dokumenten vorgelesen. Ich weiß, manche Netzplayer machen das. Tatsächlich sind jetzt bei mir natürlich auch noch nicht so viele Zuschauer da. Und ich möchte jetzt nicht diejenigen nur damit befassen, das vorzulesen. Wenn nämlich im Chat mal Interaktion ist und dann auch jemand sagt, ob er was hören möchte oder nicht. Oder ob es ihn interessiert, dann bin ich da gerne auch zu bereit, natürlich die Dokumente da vorzulesen. Oh, Energie-Wiederherstellung. Schauen wir nochmal rein. Wobei, ja, okay. Wir haben aktuell 25% Lebensregeneration. Ah, das ist das Gleiche, wenn alle unten angezeigt. Energie-Wiederherstellung. Energie-Regeneration. Geschwindigkeit 15. Energie-Schub. Energie-Regeneration. 15. Hier hätten wir 17. Das ist schon mal besser. Und Energie-Schub nochmal. Okay, nee, das ist ja das nochmal die verbesserten Heilungskapseln. Wie gesagt, das mit dem Energie-Schub ist bestimmt auch cool, wenn wir mehr Energie haben, um die Sachen zu greifen und rumzuschleudern. Aber aktuell ist mir unser Leben einfach meistens zu niedrig. Das natürlich auch daran liegt, dass ich mich einfach zu oft treffen lasse. Aber wie gesagt, ich werde besser. Ja, wo ist denn hier unsere Mariah Hill sozusagen? Wir sind ja jetzt als Black Widow, Natascha Romanoff, sind wir ja jetzt hier zu Director von SHIELD geworden und haben die Fury abgelöst, mehr oder weniger. Und Mariah Hill, die versuchen sie die ganze Zeit rumzukommandieren. Äh, nee, natürlich nicht, aber da sie halt aussieht wie Black Widow, ne? Und das Ganze mit den Fähigkeiten so ein bisschen Scarlet Witch-mäßig und Dr. Strange-y ist, bringe ich das ganz gerne in Verbindung. Äh, ich gucke natürlich genau in die falsche Richtung. Ich muss da hin. Zu der guten Dame ins Büro. Da ist sie doch. Hi. Hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Ach, sorry. Ich bin nur froh, dass du da bist. Ja, das hoffe ich für dich, weil das war echt furchtbar, das zu holen. Lass uns reden. Natürlich. Ja, die kommen doch gleich zum Reden. Jetzt lass mich doch mal hier gucken. Na gut, lass reden. Komm. Ich hab die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich. Was sagt er? Er sprach über sein Management. Management-Team. Leute, die die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss. Darling. Tomasi. Aber den hat das Zwischenabsch. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist C, Ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangers in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte. Die anderen Sektoren. Wie komm ich da hin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren. Aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne bewunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jessie, schau mal. Du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Ja, danke. Das ist schon ein bisschen nichts anderes. Ja, ich bin besonders. Wenn du einverstanden bist, natürlich. So Corona-Abstriche oder was? Ja. Ja, das weiß ich so. Sie konnte dich umdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze. Ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Ja, das ist und bleibt ein Riesenthema, wie sie uns anspricht als ihren kleinen Bruder. Und wie sie ihn als versucht zu vertuschen, zu verstecken, zu verheimlichen aus irgendeinem Grund. Wegen irgendwas, was er getan hat oder was sie getan hat oder für was sie stehen. Also das wird wohl mehr oder weniger Hauptpunkt der Ermittlungen sein, warum wir hier sind. Und da ist wieder unser Freund Meister Yoda. Oh, den Weg zurückgefunden, du hast. Den Job annehmen, du wirst. Für mich wischen, du wirst. Weise deine Entscheidung sein sollte. Und da ist wieder ein Riesenthema. Okay, also, wir haben Fähigkeitenpunkte erhalten, das heißt, es geht endlich voran. Unbekannter Anrufer. Okay, wir gucken erst mal. Fähigkeitenpunkte, wo, 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 wo? Oh, TÜV, Energieschub, zerlegen, warum können wir diese Sachen zerlegen eigentlich? Und dann noch, haben wir mehr Slots mittlerweile? Nee, ne? Nee, wir tauschen das dann direkt aus, okay. 20% Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen. 25% Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen. Das nehmen wir natürlich. Mission. Direktoriale Überbrückung. Die interne Quarantäne, eine Notfallsicherheitsmaßnahme, hält Jesse davon ab, nach Trench's Management Team in den anderen Sektoren zu suchen. Jesse versucht, in den Wartungssektor zu kommen und den direktionalen Überbrückungsschalter zu finden, mit dem sich die interne Quarantäne aufheben lässt. Okay, aber man kann zoomen. Kann man natürlich, dass das Spiel erlesen konnte. Ich muss mich eben nach vorne beugen. Federal Bureau of Control. Da stand doch eben, wir haben Fähigkeitenpunkte. Wir sind im Krieg in der feindlichen Übernahme. Das Zichen ist die gegnerische Kraft, fremde Macht. Wir werden Gegenmaßnahmenstrategien zur Verfügung stellen. Du kannst diese an Kontrollpunkten annehmen, integrieren. Diese Gegenmaßnahmenmissionen profitierst du. Wir werden für dich abgeschlossene Gegenmaßnahmen, Ressourcen, Belohnungen geben. Okay, der Text ist ein bisschen merkwürdig formuliert, aber die Stimme ist ja auch sowieso creepy. Also wir können jetzt verstehen. Das haben wir auch, glaube ich, vorher schon sehen können. Wir hören die uns mal noch kurz an. Du bist jetzt die Direktorin. Wir erwarten Unabhängigkeit. Abhängigkeit. Du bist die Autorität. Außerwählte. Die Behörde, das Spiel braucht dich. Die Behörde, das Spiel. Die Behörde, das Spiel. Das ist doch interessant, sich zwischendurch mal die gewissen Sachen mal anzugucken. Die Behörde, das Spiel. Okay. Wir haben noch eine ungelesene. Aber wir haben eigentlich noch gar nichts angehört. Okay. Das hatten wir aber schon. Okay. Haben wir das schon gehört? Ein Netz wurde gesponnen, hat diesen Ort gegen mich gewandt. Ich sehe es im Augenwinkel. Gerade nicht grafbar. Es ist clever. Ein traverses Verstücksspiel. Es ist keiner eines Anderes. Die Fakten und meinen Blickverschleiern? Schwer zu sagen. Ich brauche Antworten. Ich habe nichts von Darling gehört, meinem Freund und engsten Verbündeten. Ich fürchte, ich habe einen schlimmen Fehler gemacht. Was er erforscht, ist eine Gefahr für uns alle. Es ist meine Pflicht als Direktor, die Behörde zu schützen. Es wird schwierig. Was geschehen ist, ist geschehen. Fantastisches Denken ist nötig zum Überleben. Schmerz und Leid sind auch wieder dort. Um Dinge zu ändern, muss man sich selbst brechen. Ich weiß nicht, warum die Kraft das behörde. Ich bin alt und schwach. Alt und schwach. Meine Hände zittern. Ich verliere die Kontrolle. Ich verliere die Kontrolle. Oh ja, das war der Spruch. Wir haben absolut keine Kontrolle. Ach das. Okay. Ach so, da kann man hier wechseln. Okay, ungelesen. Okay, sorry, falls jemand doppelt gesehen hat. Ich bin tatsächlich gerade gar nicht sicher. Wir sind im Krieg, in der feindlichen Übernahme. Aber das haben wir doch eben gehört. Das Zwischen ist der gegnerische Kraft, fremde Macht. Gut, das ist jetzt nicht lang. Wir werden gegen Maßnahmen. Okay, das ist doch beschwert. Warum steht das immer noch bei ungelesen? Naja, okay. Die Kassetten, die haben wir ja auch. Objekte, der macht. Okay, damit werden wir uns auch noch ein bisschen weiter befassen. Okay, so, dann haben wir das noch mal ein bisschen durchgecheckt. Aber die hat doch gerade gesagt, dass wir Fähigkeitenpunkte haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend für mich. Berechtigungsstufe haben wir inzwischen. Damit können wir noch nichts tun. Das ist auch nur Info. Waffenmots haben wir hierfür nicht. Aber Genauigkeit haben wir. Genauigkeitsschub, exklusive Schmetterer, Schmetterer, Drehgriff. Genauigkeitsschub, 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 6%. Und da haben wir Genauigkeit auch 6%. Also absolut gleich. Ah, nee, Quatsch, was gucke ich denn da? Das ist hier die Munitionseffizienz. Munitionskosten pro Schuss. Okay. Das Gute ist, diese Kanone hat nicht wirklich Munition. Insofern, das ist nur mehr oder weniger so eine Überhitzenfunktion. Die hört dann quasi auf zu feuern, aber lädt die ganze Zeit unendlich oft wieder nach. Zumindest habe ich bisher so die Erfahrung gemacht und hoffe, es bleibt auch so. Okay, ich würde gerne vorsichtshalber, da wir keine richtige Speicherfunktion haben. Weil, wie ich ja angekündigt habe, haben wir jetzt einen großen, guten Bereich erstmal abgeschlossen soweit. Einiges schon erfahren und auch die Fähigkeiten schon mal soweit ein bisschen kennengelernt. Da kommt natürlich noch einiges mehr dazu. Das war erst der Anfang. Also, dass wir jetzt hier Dinge durch die Luft schleudern können. Hast du das? Singt da jemand? Ja, da singt immer jemand. Na komm, gucken wir mal. Gesang. Klingt, als kommt es aus dem Aufzug. Unsinn. Bestätigt wurden bisher nur bis zu 5 Meter. Ach, da machen wir das jetzt. Ach, sorry, ich habe gerade das... Ach so, das war's. Der Dialog war doch nicht interessant. Okay, okay, das ist jetzt sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, das müsste, glaube ich, das Erste sein, was wir tun. Wobei wir ein 4 bekommen. Können alle 4 einmal machen, glaube ich. Ist das der Sinn des Ganzen? 10% mehr Leben. Da zögere ich keine Sekunde. Jetzt könnten wir direkt sagen. Na, ne, okay, das kostet natürlich direkt mehr. Okay. Könnte ich natürlich direkt machen, aber was ist denn hier noch? 10% mehr Energie. Auch gut und wichtig, dass wir öfter und mehr unsere telekinetischen Fähigkeiten einsetzen können, weil wir später noch mehr Sachen haben. mehr Fähigkeiten. Ach, da gibt es auch so Meilensteinbelohnungen. Aha. Okay. 10% mehr Schaden mit dem Psi-Schlag. Das finde ich auch sehr gut in erster Linie. Und 25% mehr Schaden durch Schleudern. Das Schleudern macht tatsächlich schon sehr guten Schaden. Und die Energie bisher hat es in den Situationen auch immer ausgereicht. Wir können alles einmal machen. Weil ansonsten haben wir jetzt für mehr Leben das Ganze schon weggeballert. Okay, ich mache mal nach Interesse gerade. Wir machen mal Psi-Schlag. Wir könnten natürlich alles sparen, quasi mehr oder weniger, aber wir werden doch alle Basics einmal machen. Also, das ist immer mehr Schaden, Schaden, Schaden. Mehr Energie, Energie, Energie. Okay, dann müssen wir uns dann später orientieren, was wir am liebsten machen möchten. Mehr Schaden durch Schleudern. Und dann schleudert Granaten und Raketen zurück auf den Gegner. Mit derselben Funktion wahrscheinlich. Aha, das ist gut. Beschleudert leichte Gegner. Ah, wenn sie über wenig Leben verfügen. Okay. Ich glaube, das ist quasi... Aber wie ich vorhin erklärt habe, das Ganze... In die Richtung, in die wir gucken, greifen wir uns dann automatisch irgendwas. Also wir greifen uns immer was und ziehen was zu uns ran. Ansonsten reißen wir sogar ein Stück aus der Wand raus. Das ist sehr gut. Und das hier mit diesen Funktionen, das schätze ich, wird dann so sein... Gut. Schleudert Granaten und Raketen, wenn wir rechtzeitig reagieren, wenn es auf uns zufliegt, mit der ganz normalen Greiffunktion. Leichte Gegner, wenn sie über wenig Leben verfügen. Schwere Objekte und Gegner, wenn sie nur noch über wenig Leben verfügen. Schwere Objekte hatten wir jetzt schon teilweise, aber vielleicht noch schwerere. Schleudert schwere Objekte und Gegner, wenn sie nur noch über wenig Leben verfügen. Aber das ist doch das Gleiche. Das ist zweimal das Gleiche. Na gut. Und die Letzte. Greife und schleudere bis zu drei Objekte. Deine Energie regeneriert sich jetzt, wenn du Objekte mit der Schleudernfähigkeit hältst. Ach, okay. Sehr cool. Okay, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Die Frage ist, ob wir automatisch von dem hier rüberkommen. Oder ob wir uns hier komplett runterarbeiten müssen. Und es geht... Oh. Oh, da werden noch schöne. Viele Sachen kommen. Ah, das ist... Ah, Schild. Oh, das wird noch sehr anspruchsvoll, das Ganze hier. Okay, das gucken wir uns später alles in Ruhe an. Immer noch zwei Punkte. Na komm, wir machen einmal die erste Runde jetzt komplett auf alles. Und danach müssen wir uns... Zusätzliche Waffen vor dem Platz, sehr gut. Also wir kriegen endlich ein bisschen Streichleinheiten nach der ganzen Pein. Gut. Und dann, was kriegen wir jetzt nächstes? Wir haben jetzt Waffen vor dem Platz, dann kriegen wir zusätzliche persönliche Modifikationsplatz. Zusätzliche persönliche Modifikationsplatz. Danach noch einmal. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Sehr gut. Jetzt hoffe ich, dass es aber nächstes Mal schneller geht, bis wir hier leveln können. Astralwerkstatt, Gegenmaßnahmen des Rats, Outfits, haben wir natürlich noch keine anderen. Okay, okay, das war ja. Bin ich noch gespannt. Astralwerkstatt, gucken wir uns mal an. Waffenformen, Modifikationen. Schmetterer herstellen, uns fehlen Materialien. Materialien, haha, okay, okay, aber nicht mehr viele. Ah, und da kommen dann auch endlich diese nicht identifizierten Werte da. Und, ah, sehr gut. Weiter mal Materialien sammeln. Der Schmetterer. Und das hier? Uh. Verdeckte. Du kannst eine zufällige Waffenmodifikation herstellen. Niemals würde ich das jetzt tun. Ne, warum? Ne, 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 ne. Du kannst eine zufällige persönliche Modifikation herstellen. Gewöhnlich. Äh. Die Frage ist, warum sollte man das tun? Das kostet recht viel, dann würde ich mir eher die Waffe vorher machen, weil da haben wir schon ein paar Mods für und wir warten. Das können wir danach später mal experimentieren, wenn wir dann genug Materialien haben. Mh. Aufwerten. Okay, und das sollten wir wahrscheinlich zuerst tun. Modifikation. Aktualisieren, um neue zufällige Modifikationen zu generieren. Ach so. Für tausend könnte man das machen. Äh. Ne. Das machen wir nicht. Wir gucken, dass wir da später erstmal selbst, wenn wir diese Waffe haben, haben wir nämlich zwei Mods für diese Waffe, dass wir die erstmal testen und uns das Ganze dann überlegen. Mh. Fähigkeiten haben wir gerade gemacht. Gegenmaßnahmen des Rads. Kopfschusstaktiken. Hm. Töte Gegner mit Kopfschüssen im Geschäftsleitungssektor. Wer würde das nicht gerne mal tun? Ah, schön. Instruktionen folgen. Kopf, Gehirn, Melone. Ist schwach. Was? Also was, wir sollen zehn Kopfschüsse machen und dann kriegen wir eine zufällige, gewöhnliche Modifikation für die Waffen. Okay, das heißt, allein dafür müssen wir vielleicht diese Modifikationsdrops verbessern. Töte Gegner mit der Amtswaffe im Ladermodus. Stimme auf das Feld. Es ist die Kunstwerbung des Kriegs. Hm. Impulstaktiken. Töte Gegner mit der Amtswaffe im Impulsmodus. Setze Impuls, Windung, Feuerwerkskörper gegen unseren, deinen Feind ein. Das ist schon so ein bisschen psychedelic, das Ganze. Unseren, deinen, was, wie, was, Impulstaktiken, oh Gott. Es gibt noch viel zu lernen. Einfall in den Geschäftsleitungssektor. Töte Gegner im Geschäftsleitungssektor. Geschäftsleitung, Pyramide, Basis, muss geschützt werden. Genau. Boah, eben genau. Okay, und Stichtaktiken. Töte Gegner mit der Amtswaffe im Stichmodus. Was ist das für ein Modi? Durchdringen, durchbohren, durchstich. Die Eindringmitte. Einfach, Kinder, leicht. Was ist das? Na gut, ähm, okay. Achso, wollen wir die alle, kann man die alle? Ja, warum sollten wir die nicht annehmen? Aber wir können nur drei annehmen. Ah, okay, okay. Kopfschuss. Kopfschusstaktik. Okay, könnten wir das hin? Geladene Taktik. Also, okay. Ähm. Okay, wir machen das nochmal alle weg. Wir machen das nochmal anders. Wir überlegen uns, da wir anscheinend nur drei auswählen können. Töte Gegner. Gegner töten, klingt angenehm. Das kriege ich hin. Stichmodus, weiß ich noch nicht, was es ist. Sicher Sprengmeister. Sprengenexplosion, bösartig. Ist nicht zu übersetzen, schild schon. Hm. Merkwürdig, diese Textformulierung, ne? Das ist wahrscheinlich so einer wie dieser Typ, den wir vorhin plattgemacht haben. Der Fliegende, der die Teile auf uns geworfen hat. Sicher Wachen mit Dreh im Geschäftsleitungssektor. Genaue Angaben nicht gefunden. Einsatz genehmigt. Ah, ja, okay. Also, das ist schwierig irgendwie. Töte Sicher Ranger. Okay, da hätte ich mich erst mal noch ein bisschen reingucken, bevor ich das hier jetzt entscheide. Tatsächlich, ähm, schwierig. Okay, nee, das lese ich mir nächstes Mal intensiv durch. So, ich hoffe, dass das Ganze jetzt als Safe Point auch wirklich zählt. Denn, wie gesagt, dann würde ich für heute mal Schluss machen hier. Bisschen was haben wir erreicht. Sind auch nur circa 100 Mal gestorben. Aber hey, es ist schwieriger als gedacht. Und wir haben schon einiges dazu gelernt in der kurzen Zeit. Ach so, diese Schnellreise-Funktion wollte ich mir nur mal angucken. Wir können. Okay, diese gewissen Sektoren, wo wir diese Location markiert haben. Okay. Gut, Leute. Dann danke fürs Zuschauen. Und, wie gesagt, schreibt mir gerne rein, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ich werde es auf jeden Fall weiter anspielen. Denn es ist, äh, sehr aufregend und anspruchsvoll. Ähm, jo, ich wünsche euch eine gute Nacht. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bye. 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 Bye.